Hallo liebe Freunde aus der Schweiz. Ich bin hier gerade in Tirol. Mein Name ist Werner und ich habe hier in Tirol die Marion kennengelernt. Die Marion ist eine fantastische Person mit sehr vielen kreativen Eigenschaften. Während 26 Jahren hat sie weltweit Bilder gemacht, die sie jetzt in einem Buch festhalten möchte. Das Buch kann man kaufen für 35 Euro. Unser Ziel ist Marion in diesem Bereich zu unterstützen. Wir suchen also 35 Personen, die das Buch kaufen. All die Leute, die uns registriert haben, würden wir im Oktober einladen zu einer Grillparty, wo Marion auch dabei ist und das persönliche Buch signieren würde. Ich freue mich auf deine Anmeldung und auf 079 334 40 44 oder per Mail kann ich es auch machen. Das wäre dann leibacher.flp.at bluewind.com. Ich freue mich auf deine Anmeldung.